Übrigens, wo heute ganzjährig Schnee liegt, war vor 10 Millionen Jahren ein tropisches Meer. Die warmen Strömungen ließen exotische Fischarten und Muscheln prächtig gedeihen. Der Muschelkalk stapelte und verdichtete sich über die Jahrmillionen und erhob sich auf 1000 Meter. Die Insel Schladning als Taucherparadies und Traumdestination, daraus wurde leider nichts. Denn im Zuge der Kontinentenbildung krachte die afrikanische Platte in das heutige Europa und türmte den Muschelkalk auf 3000 Meter auf. Das war es dann auch schon wieder mit dem Badeparadies, denn das heutige Europa driftete nach Norden. Und was von den Muscheln übrig geblieben ist, lag er seither gut gefühlt unter dem Namen Dachstein.